So, tägliche kleine Runde Fortnite. Warum jetzt Among Us, das weiß ich. Ach, weil die den Tanz promoten, ne? Ja, man... Ja, ja, und weil... Achso, und weil wahrscheinlich ja. Ne, ist egal. Hier ist nichts weiter Spannendes. Nein, alles gut. Wir können einfach direkt gucken, was die täglichen Aufträge sind. Äh, Lebensmittelkisten, 0 von 3. Spraymotiv bei Wave Cave oder Daily Dings. Okay, und Zerstörergebäude. Okay, alles, alles machbar. Wir müssen nur gucken, wo der Bus hinfährt, aber das erfahren wir gleich. Ich pausiere und dann geht's los. So, da zählt die Zeit wieder runter. Und wir gucken mal kurz auf die Karte. Wir fahren hier lang. Auftragstechnisch. Konto Canyon, Sachen zerstören, wäre eigentlich eine Idee. Aber da steigen wahrscheinlich da ganz viele aus, ne? Komm, wir probieren's, ist wurscht. Ist wurscht, wir probieren's. Habe ich mich bedankt? Jawohl, dann Abflug. Ah, ich fürchte Konto... Ja, fuck, das sind jetzt schon vier. Ne, das ist nix. Das ist nix. Äh, das ist alles nix. Das ist alles Mist. Dann machen wir hier mal gerade runter und hoffen, dass wir schneller an diesen Waffen hier dran sind, als die, die hinter uns sind. Ey, hier sind jetzt gefühlt drei Millionen Menschen gelandet. Okay, was haben wir denn jetzt alles? Haben wir irgendwas doppelt? Nee, ist alles... Alles fresh. Uh. Okay, das ist gut, grundsätzlich. Sind im Haus jetzt jemand drin, oder bin ich safe? Ich glaube, ich bin safe. Und das Gute ist... Wir sind in der richtigen Zone, also das ist gar nicht mal schlecht. Ich will mich die Schüsse etwas beunruhigen. So, alles grün. Uh. Habe ich eine Stachelmaschinenpistole, die ich austauschen kann? Ja, dann machen wir das so, denke ich. Wo hört man die Schüsse? Wo kommen die her? Also, mir scheint nicht hier oben. Das ist der zum Zoomen, ja, okay. Irgendwo da unten ist einer zum Beispiel. Ja, da bekriegen sie sich. Sweet. Aber ich habe noch kein Schild, das ist noch nicht so optimal. Muss ich gestehen. Wie kommen wir jetzt schnell an Schild und so ran? Hier ist halt nicht so viel Möglichkeit, irgendwas zu holen. Ist echt ein bisschen blöd. Nein, ich könnte das Pack einsetzen, aber das will ich eigentlich gerade nicht. Hm. Ach, scheiße. Fuck, ich kann das nicht. Ja, lass mal die, lass mal die in Ruhe. Ich habe ein bisschen Angst gemacht, aber es war das leider auch. Es war es leider auch schon wieder. So, aber mehr Munition hierfür ist gut. Ja, wir sind, wir sind, wir sind safe. Also, zonentechnisch ist alles kein Thema. Zonentechnisch ist alles cool. Wow, nicht dran vorbei. Oh ja. Ist jetzt blöd hier mitten auf der offenen Fläche. Ja, machen wir auch nicht auf der offenen Fläche. Machen wir nicht auf der offenen Fläche. Machen wir das schön hier. Nice. Sättet ihr es jetzt eigentlich schon mit kaputt machen? Weil wir in Kondo Canyons sind. Zählt das schon zu Kondo Canyon? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, es zählt schon. 10 von 50. Nice. Das zählt schon. Hier einfach kaputt machen. Oh, Bruder. Hoppala. Das war jetzt nicht so smart. Das war jetzt nicht so smart, meinen Freund. Es tut mir leid. Das war jetzt auch von mir nicht so smart. Scheiße, wo kam der denn her? Fuck. Ich hab nicht aufgepasst. Ah, das war blöd. Ah, das war richtig blöd. Ich hab nicht aufgepasst. Scheiße. Ah, das war eine schlechte Runde. Das war jetzt wirklich mal eine schlechte Runde. Ah, das, das ärgert mich, weil das hätte ich, das hätte ich besser machen können. Das hätte ich, ah, ich, mhm. Mh. Mh. Das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Warum ist die Match-Suche gerade so, warum dauert das gerade so lang? Ich mein, solange wir hier noch zugucken können, lass ich's mal laufen. Aber ich bin ja schon auf der Match-Suche. Uh, das hat wehgetan. Komm, mach sie bitte fertig. Richtig, ach, schade. Das hat nicht hingehauen. Hallo, was ist denn hier mit der Match-Suche? Danke. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, da geht's schon wieder los. Also. Kartentechnisch. Hm. Wir fahren erst mal ein bisschen Bus. Wie viel muss ich denn jetzt noch kaputt machen? Äh, falsch. Okay, wir haben so knapp die Hälfte kaputt gemacht. Ah, aber ich kann bei anderen Sachen auch kaputt machen. Ich muss gar nicht. Ich könnte auch bei Tilted Towers jetzt aussteigen. Wenn das auch zählt, komm, dann machen wir das. Wir gehen bei Tilted Towers raus. Die Frage ist... Ja, jetzt steigen hier wieder alle aus. Weiß ich nicht. Nee, vielleicht doch nicht. Machen wir doch nicht. Wir gehen rüber. Wir gehen rüber zu Kondo Canyon. Oh, nee. Okay, der macht jetzt einen Abflug. Wir liegen noch ein bisschen weiter. Wir verschwürgen mal so weit wie möglich zu fliegen. Weil ich denke, da fliegen mir die wenigsten hinterher. Und dann habe ich erst mal meine Ruhe. Und das ist eine relativ wichtige Sache, dass man seine Ruhe hat. Das ist eine Angel. Fischen müssen wir zwar auch demnächst mal. Aber das ist nicht, weshalb ich jetzt hier bin. Scheiße, ich habe... Fuck. Ich habe noch keine Waffe. Okay, da ist eine Waffe. Ist nicht viel, aber ist besser wie nix. Ist hier sonst irgendwas? Aber das ist nicht der beste Ort zum Aussteigen gewesen. Muss ich gestehen. Kann ich da hoch? Ja. Andere Richtung, bitte. Okay. Jetzt sind wir wieder bei... Genau, da haben wir vorhin auch gestartet. Richtig, hier haben wir vorhin auch gestartet. Und dingstechnisch ist es wieder gut. Perfekt. Also Fische müssen wir auch irgendwann mal machen. Das weiß ich schon. Habe ich nicht vergessen oder so. Uh, perfekt. Diesmal haben wir dafür gleich den Schild. Das ist sehr gut. Uh. Dann nehmen wir das wieder mit. So. Okay. Jetzt hör doch mal auf diese dumme Angel. Braucht die echt nicht. Wo ist die Kiste? Die ist mir da die ganze Zeit. Ach, das ist die Dachkiste, na? Ich glaube, die habe ich vorhin gar nicht mitgenommen. Jop. Okay. Hammersturmgewehr. Ja, machen wir es mal so. Na, wobei, Schrotflint ist eigentlich nicht schlecht. Die ist halt nicht so stark. Jetzt ist hier schon wieder überall Party. Da drüben müssen wir kaputt machen. Da kommt man. Wir nähern uns mal vorsichtig der Tankstelle. Scheiße, da läuft gerade einer runter. Oder hat der mich gesehen? Scheiße. Weiß nicht, ob ich hier sein will. Da hinten läuft einer rum. Ich weiß wirklich nicht, ob ich hier sein will. Aber Lebensmittelkisten müssen wir ja auch durchsuchen. Pff. 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 Wenn ich jetzt hier wild alles kaputt mache, bringt es mir auch nicht so viel. Ja. Jetzt hört man halt. Oh, ich habe da eine Idee. Pff. Zählt das als kaputt machen? Sehe ich die jetzt vielleicht irgendwo? Oh. Nice. Wieder schön, sich in fremde Angelegenheiten einzumischen. Okay. Dann habe ich jetzt, glaube ich, hier meine Ruhe. Dann habe ich jetzt, glaube ich, meine Ruhe und kann wirklich ein bisschen kaputt machen, einfach. Scheiße. Are you sure about that? Oh. Tausche mir doch mal das aus. So, aber ich wollte noch ein bisschen kaputt machen. Wir müssten es ja gleich haben. Jawohl, da haben wir es. So. Da ist auch mein Levelaufstieg. Sehr schön. Okay, da oben ist noch eine Kiste, wa? Nee. Wo soll die Kiste denn sein? Herr, bin ich dumm? Ach, da. Ah. Oh shit. Das war die falsche Waffe. Oh mein Gott, guckt euch meine Energie an. Das war viel zu knapp. Das war viel zu knapp. Ach, du Schande. Also wer immer das war, ärgert sich jetzt gerade massiv, wenn er meine Energie sieht. Shish. Nein, das wollte ich nicht. Den wollte ich. Ei, 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 ei. Also Wahnsinn. Okay, so. Munition ist voll. Was haben wir da? Wain-Shitting. Das habe ich glaube ich schon, ne? Ja, das ist die da. Okay. Ei, ei, ei. Okay, kann ich jetzt noch irgendeine tägliche Mission machen, oder sind wir im Moment nicht für sowas zu haben? Nee. Lebensmittelkisten könnte ich noch suchen. Zwei Stück. Auf Glück. Ah, ich muss in die richten. Ach so. Das Schild ist... Ah, hier geht's. Ist das ein Gegner? Nein, ne? Das ist... Das ist die... Der Brot. Eine Wache der Sieben, oder wie die Dinger heißen. In der Richtung noch irgendwas Spannendes? Ich fürchte nicht. Das Gute ist, wenn die... Das ist auch ein Brot, ne? Ja. So wie der läuft, das ist ein Brot. Ja, das Gute ist, wenn die Zone gleich kommt, kann ich mich trotzdem schnell... Ja, da ist sie schon. Mit dem Auto wegbewegen, wollte ich sagen. Vielleicht schon eine Lebensmittelkiste oder sowas? Kasse. Ja, okay. Wir sind weg. Wir sind weg. Wir sind weg. Okay, hier kann ich mich umgucken. Ähm. Ähm. Okay. Ich dachte schon, ich häng. Vielleicht finden wir ja noch was Hübsches. Was wir benötigen. Wobei das einzige jetzt Lebensmittelkisten werden. Wo müssen wir eigentlich weiter hin? Ah, okay, da hoch dann. Aber in einem Minute zwölf erst. Das ist noch... Ist noch bisschen Zeit. Sind auch nur noch elf Spieler, also es wird schon wieder eng. Ja. Das Feld wird schon wieder... Ist das eine Schrotflinte? Okay, nice. Die nehmen wir mit. Gerade wenn es dann um... Um einen sehr nahen Nahkampf geht. Dann sind solche Dinge... Oh, da ist die Lebensmittelkiste, die ich gesucht habe. Sehr schön. Zwei von drei. Würde theoretisch nur noch eine fehlen. Habe ich Glück und finde noch eine? Was hat da oben geleuchtet? Ich glaube, es war so ein Vogel, ne? Ne, ich habe glaube ich kein Glück mehr, was die Lebensmittelkiste angeht. Und die ist wahrscheinlich am Dach. Na, die Zeit habe ich jetzt nicht. Wir gehen zum Auto zurück. Nicht so stürmisch, Kollege. Okay. Wir gehen zum Auto zurück. Weil das brauche ich, um hier wegzukommen. Scheiße. So. Habe ich kurzzeitig nix mehr gesehen, ne? Okay, hier geht's rein. Uh, kann ich die mit dem Auto auch einsammeln? Nice. Sehr geil. Oh, Scheiße. Nein, jetzt nicht. Das liegt so gut. Sehne net. Scheiße, ich sehne net. Ach, Hund, gebe Ruhe. Oh, äh, gut. Das war nicht, was ich wollte, weil jetzt habe ich mich bemerkbar gemacht. Ah, das war doch jetzt scheiße. Okay, der haut eh gerade aber ab. Sieben Leute sind wir noch. Uh. Hallo? Sehr gut. Und die nächste Zone ist dann hier. Okay. Wo? Wo, 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 wo? Das der weitergemacht hat, wundert mich, weil er hätte doch merken müssen, dass das nicht gut geht. Aber ist okay. Wird ihn nicht aufhalten, ne? So ist nicht. Oh, Junge. Oh, shit. Das Ding kann ja, das Ding kann ja, das Ding kann ja, das Ding kann ja richtig böse abgehen. Okay. Das ist ja frech. Da habe ich einen gesehen. Wo ist der hin? Ich habe doch genau gerade einen gesehen. Ah, der Typ mit seinem Bus, Alter. Fuck. Bunker Jonesy? Hä? Wie, was? Wo? Wann? 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 Nice. Es sind nur noch zwei Spieler, ich und der andere, wo auch immer er ist. Das heißt, das nächste Aufeinandertreffen ist es. Da ist er. Scheiße. Jetzt fährt der mit dem Scheißding. Falsche Waffe. Ich habe die falsch. Ah, ich habe wieder falsch gewechselt. Ah. Aber fast. Hätte ich haben können. Hätte ich haben können. Ich habe falsch gewechselt. Ah. Okay. Okay. Aber ich weiß gerade nicht, was dieses eine Ding war. Naja, ist egal. So. Dann, äh, würde ich sagen, wir pausieren wieder und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt haben wir natürlich eine neue Dings bekommen und zwar Durchsuche Tresore. Könnte ich jetzt auch stattdessen machen. Aber wir brauchen nur noch eine Lebensmittelkiste. Also das ist easy. Und das Spraymotiv wäre noch bei Wave Cave oder bei Daily. Machen wir Daily. Machen wir Daily. Wir probieren Daily aus. Weiß nicht. Mal gucken, wie viel jetzt bei Daily aussteigen. Ja. Ja. Wir probieren es aus. Aber da könnte man auch eine Lebensmittelkiste finden. Also da könnte man so ziemlich alles finden. Problem ist halt, hier sind jetzt auch viele andere so, ne? Also wir werden hier nicht alleine sein. Das ist völlig klar. Ja, also ab hier ist jeder, jeder... Nein, Hilfe. Ab hier ist jeder unterwegs. Da ist meine Lebensmittelkiste. Optimal. Bin zufrieden. Komm her. Sehr schön. Oh, das ist noch eine. Ja, also normalerweise geht es ja auch schnell mit den Dingern. Normalerweise hat man da keinen großen Stress. Oh, witzig. Wir sind auch schon wieder im richtigen Gebiet unterwegs. Was ist denn das für ein Glück heute? Dass wir immer das richtige Gebiet finden. Feier ich aber. Komm, wir gehen mal vorsichtig runter. Ich sagte vorsichtig. Haben wir schon, ne? Ja. Haben wir schon. Oh, das ist ein komisches Zelt wieder. Äh. Erstmal Nisch-Bannentier. Nächstes Stockwerk. Noch ne Kiste. Mehr Munition. Oh, hier ist auch noch eine. Nice. Okay, die Schrotflinte wechseln wir mal hier aus. So. Ist ganz nett. Okay, das ist so eine Harpune. Ne, brauche ich jetzt nicht. Okay, dann gehen wir mal vorsichtig raus, nehme ich an. Ich denke, das nächste Stockwerk ist dann... Ist dann unten. Ne, sogar noch eins. So langsam nähern wir uns den Schüssen. Oh, noch ne Kiste. Sehen wir einen? Ne, noch nicht. Uh. Alles... Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Okay, gehen wir weiter runter. Uh. Ja, schön. Hier komme ich ganz raus, ne? Ja. Okay. Ey, diese Häuser sind schon echt groß. Hier drin ist scheinbar noch ne Kiste. Ah, das ist so eine. Dann ist die hier gewesen. Okay. Jetzt hören wir Schritte langsam. Muss ein bisschen aufpassen. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, so langsam. Da ist einer hochgelaufen. Ich meine, bei 35 Spielern muss man sich ja noch nicht sofort überall einmischen, ne? Da kann man ja auch erstmal... Und mir fällt gerade ein, was ich hier machen wollte. Ich habe komplett vergessen, dass wir ja das Sprayen machen wollten. Scheiße. Okay. Ich habe komplett vergessen, dass ich hier sprayen wollte. Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Das ist unfassbar. Einer noch. So, das war's. Okay. Huh. Zweiter täglicher Auftrag. So ein easy Auftrag und ich hätte ihn wieder fast vergessen, ne? Ey, das wäre... Das wäre jetzt etwas ärgerlich geworden. Das wäre etwas ärgerlich geworden, wenn ich den vergessen hätte. Deswegen bin ich ja hier runter. Deswegen bin ich ja hier runter. Deswegen bin ich ja überhaupt so bugle rein. Oh, verdammt. Wir brauchen jetzt ganz schön ein Fahrzeug. Oh, scheiße. Ich lasse mich von dir nicht erledigen. Wie gern. Schade. Aber ich habe meinen zweiten Auftrag. I guess. Oh, ich habe den dritten auch. Stimmt. Wegen den Lebensmittelkisten. Ach, wisst ihr was? Dann belassen wir es dabei. Ich habe meine drei täglichen Aufträge. Das ist eigentlich immer so das Ziel, was ich habe. So das Mindestziel. Und das denkt, das reicht. Ein Level ab haben wir, ne? Ja, ein Level ab haben wir mitgenommen. Ey, ich habe auf Twitter jemand gesehen, der ist einfach jetzt schon Level, weiß ich nicht, 300. So, wie viel muss man spielen, um auf Level 300 jetzt zu kommen? Also mein Ziel ist ja die 100, weil dann kann man hier alles mitnehmen, was da ist. So, das ist mein Ziel. Das wäre ganz cool. Aber, aber warum, also, also wie, also, ich finde das krass. Ich finde das echt krass. 300 ist halt schon übel. So, ist das eigentlich noch nicht freigeschafft. Was muss ich dafür tun? Ach so, dafür muss ich mehr Belohnungen hier einführen. Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Okay. Ah, hier ist das Gleiche. Alle anderen Belohnungen von der Seite und dann kann man die. Okay, ja. Aber deswegen hieß es ja, alle einfordern und dann hat man automatisch die ganzen Sterne zusammen. Ne? So war das ja gedacht. So war das ja gedacht. Okay. Gut. Dann geht man hier wieder raus. Jetzt fordern wir noch nichts ein. Das machen wir dann wirklich alles am Stück. Okay. Ähm. Ja. Und die Person hat auch nicht, die hat nicht gekauft. Also das hat man gesehen, die hat nichts gekauft. Insofern, ja. Wie viel, wie lang muss man spielen, um das hinzu? Also weiß ich nicht. Ach guck mal, jetzt hätten wir noch seine Frucht. Das ist simpel. Simpel. Okay. Ähm. Da haben wir jetzt nicht weitergemacht. Macht aber nichts. Stimmt, die Zweischusschrotflände sollte ich immer mitnehmen, weil ich da Kopfschüsse machen muss. Richtig. Und den Greifhandschuh. Aber das ist nicht so weiter. Nichts weiter dramatisches jetzt. Gut. Ich bin zufrieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und. Die kann man noch kurz anklicken, dass die weg sind. Okay. Angelt haben jetzt auch noch nichts Neues. Hallo. Ich habe dich gerade angeklickt, Kollege. So. Aber woher erfährt man eigentlich, wo die sind? So, das weiß ich nicht. Weil irgendwann. Naja. Irgendwann habe ich dann ja alles doppelt und dreifach zum Ablaufen. Aber ist egal. Kriegen wir raus. Ähm. Was soll das hier sein? Ach, sind das irgendwelche Kollegen von mir? Die. Ah, ja, ja. Okay. Ich verstehe. Was gibt es eigentlich? Also, da gibt es doch bestimmt auch irgendwas, wenn man die alle voll hat. Weiß es nicht. Aber Fisch haben wir noch nicht viel gemacht. Also, Fisch haben wir noch ganz wenig geangelt. Eigentlich schlecht. Ist eigentlich ganz schlecht. Müssen wir mal Gas geben beim Angeln. Okay. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und tschüss. Danke fürs. Danke fürs. Danke fürs.